Rote-Rosen-Vorschau Folge 4046 Bei Stadtausschreibungen für Gartenprojekte sieht sich Franke der Konkurrenz großer Unternehmen ausgesetzt. Aus Angst um ihre Chancen wirbt sie nun leidenschaftlich für ihr Projekt, und Marvin veröffentlicht es online. Kurz darauf erhielt sie einen Ablehnungsbescheid des Jugendamtes, das Kenntnis von der Existenz des Videos hatte. Hat Franke neben der Arbeit noch Zeit, ihre Pflegekinder großzuziehen? Bauer Knut ist aus dem Krankenhaus zurückgekehrt und Simon wird auf dem Bauernhof nicht mehr gebraucht. Er verhandelte mit Günther und bekam einen Probejob auf Gut Frickenschild. Doch dann fühlte sich Simon plötzlich angeschlagen, ein weiterer Missanfall? Amelie ist zutiefst verletzt, als Gunther ihr den Ascania-Park vor der Nase wegnimmt. Ihr Stolz ist verletzt und sie möchte nicht mehr im Hotel arbeiten. Unterdessen wird Jorik von Schuldgefühlen geplagt. Er hat Amelies Plan an Julius weitergegeben. Valerie hat Albträume. Klaas reagiert negativ auf sie und ihr Kind. Er kann sie beruhigen, besteht aber darauf, dass sie sich eine eigene Wohnung sucht. Wer wird Jorik von Schuldgefühlen.